Ich bin Alex von Rocklöwe. Dies ist ein Display von Vector und ich hoffe es gefällt euch. Ich beginne jetzt einfach mal. Ich beginne nicht mal mit dem ersten Level. Es dauert immer eine Weile, wenn wir das laden. Auch sonst, ja. Ich hoffe ihr könnt alles gut erklären. So, jetzt gehts los. Rennt. Sprung. Abrollen. Ja hier wird nochmal erklärt, springen und so. Ja. Ja. Ich werde aber auch noch andere Videos von Stickman Spielen machen. Die, ja, gehen auch so eine halbe Stunde immer. Ich werde hier ungefähr fünf Level zeigen. Und dann nächste Woche werde ich ein weiteres Video davon rausbringen. mit den letzten paar Leveln. Und dann später auch noch von einer anderen Welt. Ja, das war nicht gut. Es gibt insgesamt drei Welten hier bei Vector. Äh, wie die jetzt genau heißen weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich werde probieren nächste Woche noch den Rest halt zu erledigen hier. von Vector. Und dann übernächste Woche fange ich dann mit der zweiten Welt an. Zwischendurch werde ich irgendwelche Stickman Spiele halt noch präsentieren und explain. Ja. Ich probiere jetzt halt von dem Spiel flüchtig und probiere von dem Räuber dort. Also, oder von der Person die mich verfolgt abzuhauen. Ja, das war auch jetzt nicht brillant. Ja. Muss ich springen. Hier ist ein Trick. Was ich auch wirklich sehr gut finde, ist halt die Tricks bei Vector. Die sind wirklich sehr schön teilweise. Und wirklich auch cool anzusehen. Ja. So, hier ist schon das Ziel. Habe ich geschafft. Ich glaube ich habe nur zwei Sterne, weil ich habe glaube ich ein Boni vergessen. Ja. Ähm, die Boni sind halt die vierägigen Kästchen. Und ja, dann gibt es noch diese Geldmünzen. Und noch was. Diesmal habe ich jetzt auch noch zwei Tricks mehr. Also, noch zwei neue Tricks. Es wird dann ab nächstes Level in der Nummer drei Tricks. Ja. So. Das war eigentlich ganz gut. So, den muss ich kriegen. Ja. Hab ich ihn gekriegt. So, jetzt bin ich schon in so einem Haus. Das ist so in einigen Leveln sind die, ist die da, sind die dabei. Ähm, ja. Das war so ein cooler Tricks. Der hätte ich auf jeden Fall mag. Hier muss man auch sehr aufpassen, weil wenn man dagegen rennt, ist das nicht so gut. Da fällst du dann hin. Ja, das war nicht so gut. So, hier ist auch schon das Ziel. Alles gut gegangen. Ähm, ich werde euch in einem anderen Video nochmal direkt die Geschichte dazu zeigen. Also, da gibt es ein Video dazu, das werde ich euch dann vorführen. Ja. Also, das hier ist jetzt die Vollversion. Es gibt noch eine kostenlose, die ist auch ganz cool, aber ich sag immer, Vollversion sind trotzdem besser, weil da gibt es mehr Level und ohne Werbung und das ist halt einfach besser. Ja, hier muss ich auch, um den Boni zu kriegen. Wie ihr jetzt sehen werdet. Ja, das war nicht so gut. Es ist nämlich der vor mir und würde mich gleich Elektro schocken oder was auch immer macht. Ja, das war nicht gut. Ja, das war nicht gut. Ich würde mir wünschen, dass ihr wirklich das Video liked und so. Weil wir wollen über, also meine Kollegen und ich wollen über YouTube berühmt werden. Mit Let's Plays und anderen Sachen. Und wenn es euch wirklich nicht gefallen hat oder was nicht gefallen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Denn das wäre, dass wir wissen, was wir falsch gemacht haben und dass wir es dann das nächste Mal besser machen können. Und ja. Der Trick war cool. Das ging hintereinander. Ja, das war nicht so gut. Ja, jetzt habe ich den Trick verpasst. Ja, das war. Ja, das war. War wie das so Frontflip-Ding. So, bin ich hier wieder am Ziel. So, wie gesagt, ich mal jetzt noch zwei Level. Guck, jetzt seht ihr das. Es sind drei Tricks. Und dann muss ich aber aufhören, weil dann treffe ich mich noch mit einem Freund. Und ja. Es wird jetzt in den nächsten paar Tagen geöffnet. Ja, das war. Oh, das ging auch. So, das ist auch ein cooler Trick. Schöner Backflip. So, das war jetzt scheiße. Ja. Wurde ich nämlich geblitzt oder. Ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Ja. So, hier wieder der Trick. Ach, ja. Hm. Ja, hab ich jetzt verpasst. Ja. Und jetzt noch den Pony. Na ja. Die Runde wollte nicht so der Bringer. Hm. Es ist ein ganzes Gebäude komplett komplex gewesen. Ich weiß nicht, was jetzt nicht mehr los ist. Na ja. Boah, ich bin nicht so gut, dass dort also. Machen wir gleich nochmal. Also meine persönlichen Lieblings-Setsplayer sind Gronkh und Saratar. Die sind wirklich auch meine Idole und so. Die machen echt coole Videos. Schaut doch mal hier rein. Zu denen. Ja, cool. Ja. Na ja. Na ja. Ach, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Naja. So. So, jetzt der Backflip. Jetzt muss ich aufpassen, es geht hintereinander. wir würden uns auch von über die klicks freuen weil ja wir wollen uns auch besseres equipment kaufen das ist jetzt nur über eine kamera und ja also über eine handy kamera das ist weil die ein bisschen länger aufzeichnet meine andere kamera die ich noch hab die zeichnen 8 min 20 auf und ja das reicht halt einfach nicht ich weiß nicht was jetzt los ist ich werde auch in ebenfalls in anderen videos werde ich dann auch als jäger hier weil es gibt einmal klassisch halt dass ich der jagt bin und einmal werde ich aber auch mal über als jäger hier videos machen also es gibt ja auch noch bonuslevel bei der vollversion das finde ich auch ganz cool das sind halt noch die skritte ricks dabei und ja so ich bin schon mal ein bisschen weiter gekommen jetzt darf ich nur nicht wieder sterben so jetzt kommt der frontflip mit dreher ja und verpasst das war nicht gut so und jetzt ist alles gut ja okay so ich mal jetzt noch ein level aber dann wie gesagt muss schluss Okay. So. Oh, boom, boom, ja, sehr gut. Da ist der, Jäger. Ja, sehr gut. Oh, das war's, ja, oh, ein Big Flip. Ja, das war, der hätte ich auf jeden Fall runtergemusst, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das, das ist, das sind wirklich die Tricks, sind einfach nur Hammer, wie sie die gemacht haben. Ja, das war überhaupt nicht gut. Ja, das war, so, hock ich, boah. Ah, da klemmt mir am Arsch, das wird knapp. Ja, okay, das war's dann erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch mal einen Daumen hoch. Und, ja, wenn es euch halt nicht gefallen hat, habe ich gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare, was wir besser machen können. Und, ja. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.